Guten Tag, mein Name ist Bormann, ich bin Lehrer in Berlin. Ich sitze hier an einem Ort, an dem stand vor zwei Jahren, nicht weit von mir, an einer großen Wand der Spruch Change the system, not the climate. Und ich habe mich darüber geärgert. Und ich habe dann überlegt, warum ärgere ich mich darüber eigentlich? Gibt es denn nichts zu verbessern? Natürlich gibt es was zu verbessern, klar. Aber wenn man the system changen möchte, dann muss man ja erst mal verstehen, wie dieses System überhaupt funktioniert. Und ich hatte nicht das Gefühl, dass diese Herrschaften, die das daran gesprayt haben, auch nur den kleinsten Hauch haben von dem, was das System ist. Dann können Sie sagen, Geld regiert die Welt, Geld ist das System. Gut, wollen Sie Geld abschaffen? Tauschhandel ist auch nicht der Hit. Also ich weiß einfach gar nicht, was diese Herrschaften wollen, wenn sie das sagen. Change the system, not the climate. Nach meinen Berechnungen war es halt so, dass diese Klimafraktion, die das wahrscheinlich erfunden hat, tatsächlich glaubt, dass ein System-Change durch eine CO2-Steuer erreicht werden kann. Nun gut, ich habe ein Buch gelesen von Herrn Edenhofer, das ist der ehemalige Chef vom PIK, Potsdam, Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung. Und der hat dann auch klipp und klar gesagt, in seinem Buch Klimapolitik, beim Klima, bei der ganzen Diskussion darum herum, da geht es nicht wirklich ums Wetter. Es geht nicht um die Temperatur. Es geht auch nicht um den Meeresspiegel. Es geht darum, die Welt in einen besseren Zustand zu versetzen. Eine Welt zu schaffen, die gerechter ist. Zu arbeiten an der Agenda 2030 der Vereinten Nationen. So, jetzt fragt man sich nur, warum packt man das nicht mal ganz sauber und transparent auf den Tisch? Warum verbreiten das die Massenmedien bei uns nicht genauso, wie das der Herr Edenhofer vom PIK gemacht hat, in seinem Buch Klimapolitik? Weil die Politiker natürlich wissen, dass sie mit massivem Widerstand zu rechnen haben, wenn es um Umverteilung von Wohlstand geht. Gut, wieso geht es um Umverteilung von Wohlstand? Nun gut, wenn man so ein Ideologe ist, so ein Globalist, so ein Internationalist, so ein, ich habe da noch ein paar andere Worte dafür, dann glaubt man tatsächlich, man könnte von oben herab die Welt regieren. Und ich glaube, das ist der eigentliche springende Punkt, das ist der eigentliche Fehler, das ist der Kasus knaktus, das geht nicht. Warum geht das nicht? Naja, das sehen wir jetzt schon bei der Pandemiebewältigung. Welche Befugnisse hat die WHO? Von wem wird die gesteuert? Von wem wird die finanziert? Warum pfeifen sie die Pandemie zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht einfach ab? Es wird doch gar nicht mehr über Tote gesprochen, oder? Sie haben ja nach wie vor keine Obduktion vorgenommen im größeren Maßstab. Sie haben nach wie vor keine wissenschaftlichen Studien geliefert zu der Effizienz ihrer Maßnahmen, die durchgeführt wurden. Nun gut, also die WHO ist da schon besser als die Bundesregierung, aber immer noch weit weg von Objektivität, von Evidenz. Und dieses System funktioniert nicht. Alles, was mit zentraler Steuerung zu tun hat, mit Planwirtschaft, fährt irgendwann über kurz oder lang gegen die Wand. Warum? Weil es an den Bedürfnissen der Menschen vorbeigeht. Und mein Bedürfnis für mich ist erstmal mitreden zu dürfen. Das ist das erste Bedürfnis. Es gibt Leute, die gehen dann noch ein Stückchen weiter und sagen, wieso mitreden? Die anderen haben mir doch gar nichts zu sagen. Ich mache mir hier einen Zaun und meinen Schrebergarten und dann sollen die mal alle schön draußen bleiben. Das ist meins. Das Gefühl, etwas zu besitzen, ist, glaube ich, wichtig. Der eine liebt sein Auto, der andere liebt sein Haus, der nächste liebt seine Gitarre. Es gibt Dinge, die mag man, mit denen identifiziert man sich. Und das ist sozusagen der letzte Halt, der letzte Rückzug, wenn um einen herum zu viel Repression herrscht, ist, ausgeübt wird von den Mächtigen. Gut. Nein, nicht gut. Repression ist ziemlich das Allerletzte, was die Menschheit braucht, finde ich. Sagen sie, da laufen doch genügend Banditen rum. Die muss man doch tracken den ganzen Tag. Ich will doch wissen, wo die rumlaufen mit ihrem Messer in der Tasche, wo diese Raser über den Kuhdamm sausen. Wenn die jetzt alle einen Chip drin hätten, da könnte ich sie leicht verfolgen und da könnte ich schon eine Drohne hinterher schicken und die dann stoppen, indem, was weiß ich, das Auto in voller Fahrt einfach automatisch gebremst wird von... Ja, aber mein Gott, kann man das nicht anders machen? Die Autohersteller haben doch sowieso Systeme drin, die genau wissen, wo dieses Auto sich gerade befindet. Und es gibt auch Karten, auf denen eingetragen ist, an dieser Stelle herrscht Tempo 30. Warum kann man nicht ein Auto bauen, das maximal so schnell fährt, wie es an dieser Stelle vorgeschrieben ist? Darüber wollen Sie nicht nachdenken. Ja, okay, dann sind Sie aber kein System Changer, wenn Sie keine guten Ideen haben. Ingenieure waren schon immer System Changer. Ich bin ein System Changer. Ich bin ein Ingenieur. Ich denke über gute Lösungen nach. Aber diese Herrschaften, die einfach an die Wand schmieren, Change the system, not the climate, haben keine Ahnung von Tuten und Blasen. Es wäre auch mal langsam an der Zeit, dass die auf mich zukommen und sagen, Hey Bommern, Sei du doch mal unser Berater. Nicht die komische amerikanische Beratungsgesellschaft mit diesen Youngstern, die gerade aus der Uni rausfallen. Sorry, die wollen einfach nur viel Geld verdienen, sich ein Haus bauen, eine Familie gründen, ein Auto kaufen. Aber ich bin damit fertig. Ich kann mich um das Thema kümmern. Ich kann viel konzentrierter am System Change arbeiten. Und Sie wissen jetzt, was ich damit meine. Also nicht da oben in den Vereinten Nationen eine neue Schraube in den Schreibtisch zu drehen, sondern hier vor Ort mit meinen Nachbarn zusammen mal einen Brief zu schreiben, zum Beispiel an den Bürgermeister und zu sagen, Junge, kümmer dich mal wieder um Politik. Mach mal wieder Infrastruktur. Mach mal wieder Bildung. Wie wäre es mit ein bisschen Soziales? Hier vor Ort. Hier bei mir um die Ecke. Hier für die alte Dame hier, dass die nicht stolpert auf diesem Gehweg. Hier für unsere Kinder, dass die wieder in die Schule gehen können. Vor allen Dingen ohne Maske, dass sie mit vollem Sauerstoffgehalt im Heren arbeiten können. Sie sich wohlfühlen bei Pädagogen wie mir. Sie nicht immer mit dem Daumen von oben traktiert werden. Klar gibt es Leute, die sowas möchten. Aber die werde ich nicht wählen. Schon mal klar. Und ich bitte jeden denkenden Menschen darum, dass wir dieses alte System, dieses Repressive, dieses System der Angst und der Panik, dieses System der Narrative, die nichts anderes zur Folge haben werden, wie neue Geschäftsmodelle, abschaffen. Warum sage ich das so? Narrativsystem. Das Narrativsystem ist genau das, was sich die Lobbyisten haben einfallen lassen, um uns auszubeuten. Das muss ich mal so deutlich sagen. Wenn Leute den Spruch change the system, not the climate, an die Wand schreiben, dann sollten sie sich darüber im Klaren sein, dass sie über die neuen Lösungen nachdenken müssen. Die neuen Lösungen, sind die wirklich besser als die alten? Wie sieht die Gesamtenergiebilanz aus? Wie sieht es mit den Kosten aus für die Gemeinschaft? Wie kann man das System so bauen, dass es besser funktioniert als das alte? Wenn es einfach nur zusätzlich zum alten kommt oder das alte System einfach nur weitergeschoben wird nach Rumänien, Bulgarien, Indien, China, na gut, wir haben selbst neue Elektrofahrzeuge, dann bringt das nichts. Oder wenn in China tausend Kohlekraftwerke gebaut werden, während wir unsere abschalten, ist das auch ein Schwachsinn. Wenn man anderen einen Freibrief für Dinge gibt, die man den eigenen Leuten verbietet, auch Schwachsinn. Das ist alles genau das System, was wir abschaffen müssen. Also, wenn wir alle mal ein bisschen genauer hingucken würden, was da alles abzuschaffen ist, es ist die reine Freude. Wir würden nur Geld sparen. Ich habe jetzt gerade bei Russell Brand gehört, das ist ein amerikanischer YouTuber mit dreieinhalb Millionen Followern, der sagte, das Pentagon hat gerade sein Etat aufgestockt von irgendwie 700 und Milliarden noch mal 25 obendrauf. Es gibt wohl Amerikaner, die behaupten, diese 25 Milliarden obendrauf, die würden schon mal reichen, um in den USA alle Obdachlosen aus ihren Zelten in Unterbringung zu bringen, die etwas menschenwürdiger sind, als dieses Auf-der-Straße-Leben. Tja, das ist nicht gewollt. Es ist gewollt, dass die aktuellen Lobbys weiter gefüttert werden. Und wenn sich dann diese System-Aktivisten, diese System-Change-Aktivisten auf die Bühne der Leute stellen, die letztendlich sich nur neue Geschäftsmodelle ausdenken, dann läuft da was falsch. Also, Change the System, not the climate, kann man nämlich dazu benutzen, um das alte System einfach nur zu erneuern. Um, ja, Alter Wein in neuen Schläuchen, hat man früher dazu gesagt. Also, die Menschen merken das gar nicht so wirklich, wie sie verarscht werden. Also, je schneller ein neues Geschäftsmodell kommt, je breiter es ausgerollt wird, desto größer wird das Geschäft sein. Und, das ist natürlich kein System-Change. Und diese neuen Narrative, die wir hier alle haben, so, ne, Klimatismus und Koronismus und so, die muss man darauf abklopfen, welche neuen Geschäftsmodelle dahinter stehen. Und dann weiß man auch, wer die Betreiber dieses kommerziellen System-Changes sind. Und wir brauchen keinen kommerziellen System-Change, wir brauchen einen Systemwandel, der den Menschen dient. Könnten Sie ja sagen, na, der Commerz dient doch dem Menschen. Nee, also, der aktuelle Commerz, der da betrieben wird, bin ich der Meinung, dient nicht den Menschen. Wenn ich aus einem modernen Diesel aussteige, in ein modernes Elektrofahrzeug, habe ich als Autofahrer tatsächlich nichts gewonnen. aus einer Ladestation an meiner Garage, die ich noch nie haben wollte und einem geringeren Bewegungsradius und einem Aufpreis von 10.000 Euro. Das ist nichts. Das ist kein Angebot, was ich annehme, das ist Blödsinn. So, nächstes Angebot, Koronismus. Leute, ihr habt kostenlose Tests, die sind nicht kostenlos, die zahlt der Steuerzahler. Leute, ihr habt kostenlose Impfungen, die sind nicht kostenlos, die zahlt der Steuerzahler. Diese Leistungen zahle ich, als Bürger dieses Landes, als quasi Dulder dieses alten Systems. Und wenn jetzt auch noch kommt, ihr müsst euch impfen lassen, das ist die alte Repression, das ist die alte Unterdrückung, das ist das alte System. Da passiert gar nichts Neues. Da wird Kontrolle und Macht verlagert nach oben, zu den gleichen Leuten, die immer schon an der Macht waren. Das ist nicht der System Change, den sich Greta erhofft hat. Und Greta ist sozusagen von diesen Leuten einfach nur benutzt worden, weil sie steht auf der Bühne der Lobbyisten und faselt von System Change und weiß gar nicht, wie das System funktioniert. Nun könnten sie sagen, na, weiß der Baumann doch auch nicht, der hat jetzt hier so wenig erzählt, da ist doch nichts bei rumgekommen. Na gut, also ich kann hier nicht stundenlang reden, aber ich denke mal, ich gebe Ihnen mal einen Tipp, wo Sie anfangen können. Fangen Sie an, über das Schuldgeldsystem nachzudenken, in dem wir heute leben. Fangen Sie an, darüber nachzudenken, was ist die Weltleitwährung? Warum gibt es so etwas überhaupt? Wie lange wird es die noch geben? Was wird in Zukunft passieren zu diesem Thema? Da bahnt sich einiges an. Und ich kann Ihnen sagen, das, was sich da anbahnt, ist absolut in der Hand, derer, die das alte System bereits in der Hand hatten und die auch das neue System wiederum in ihrer Hand haben wollen. Und damit das funktioniert, wird hier die Kandara so angezogen. Oder wie heißt das Ding? Weiß ich nicht. Also Sie wissen schon, was ich meine. Es wird mehr Druck gemacht auf uns. Ihr müsst euch impfen lassen. Da gibt es viele Verschwörungstheorien. Also ich sage dazu lieber Ermittlungshypothesen, Geheimnisse oder irgendwas anderes. Es gibt da eine ganze Menge, die unsere Politiker uns aktuell nicht erzählen. Die dürfen Sie gerne erraten. Lassen Sie sich beschimpfen als Verschwörungstheoretiker. Wahrscheinlich haben Sie recht. Die Politiker und Sie auch. Diese Praktiker da oben, die machen einfach etwas und behaupten, dafür werden Sie gewählt. Nein, dafür sind Sie nicht gewählt, weil es sind ja Absprachen hinter den Kulissen mit den Lobbyisten, die da gerade durchgezogen werden. Denken Sie bloß mal an TTIP oder an irgendwelchen anderen Käse, den die da schon veranstaltet haben. Das ging immer vorbei am Wähler. Das konnten wir nicht wählen. Dafür konnten wir nicht abstimmen. Tja, wir konnten das System uns nicht aussuchen, in dem wir hier leben. Das, was hier völlig klar ist, inzwischen für mich ist es relativ neu, sage ich mal, so zwei, drei Jahre vielleicht, das, was wir hier vorfinden, ist keine Demokratie, die sie uns angeboten wird im Grundgesetz. Und dieses in Übereinstimmung zu bringen, dieses Grundgesetz mit den Versprechen der Menschenwürde, der körperlichen Unversehrtheit umzusetzen, das ist die Aufgabe von Politikern. Wenn Sie das nicht tun, abwählen, 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 glauben Sie diesen Herrschaften kein Wort. Tja, das ist System Change. Weg mit denen. Gibt noch viel zu ergänzen, mache ich heute aber nicht. Kommt morgen, übermorgen, nächste Woche, nächsten Monat, nächstes Jahr. Ob ich dann noch da bin? Ja, ich habe nicht vor, mich impfen zu lassen. Ich werde noch da sein. Tschüssi. Untertitelung des ZDF, aber ich werde noch da sein. Vielen Dank.